Naja Muss mich jemand holen? Was will er? Wunden ist er Schön wunderbar, totgeprügelt von David Aber vorher hatte ich echt mit der Pistole Karten geschossen und ich hatte nicht mal Platten, ey Hab's zu sehen, da Hier liegen dreimal dieselben Waffen hintereinander in einer Reihe, ist ja auch geil Ja Nur was Neues, überrasch dich immer was Neues Immer wieder Jute Ideen drin Ein bisschen Kohle bitte, dann hol den kleinen Lodort Hier liegt den Lodort schon Ja, so Wer hat denn das hier holt schon wieder? Na du kommst hier wieder extrem lustig vor Wunden Security Platten Müssen wir jetzt mal weg die Jacken da unten Äh, hier Hello Mercy, back to the Infinity Ordner Bei Bedarf auf Anfrage, gibt's noch weitere Platten Haben wir jetzt erstmal nicht Äh, Greenhouse, Greenhouse, vielleicht erstmal da Pascal Wir sind vielleicht gefährlich, ne Sind schon unten Na gut, dann Stellen wir da unten jetzt halt alle Aber wenn wir jetzt alle runter pushen, das ist doch total bescheuert Quiet, please Na, den haben wir schon mal Nummer 1 Hier drin ist jeder Ich brauche einer, Karin Ich brauche einer, Karin In der Hütte bei dir passen? Ah, genau Hab ich, hab ich In der Hütte Das sind links einer Hände, denn wir hätten hier zwei Stück oder? Ja Einer, Karin stetigt oben sind sie jetzt, da müsst ihr vorsichtig sein jetzt gucken sie alle runter zu euch jetzt hab sie zu euch gelockt meinem killfeed hab ich noch gesagt unten's security sind meine Leute schön die minerin gelatscht hier noch warum gucken wir eigentlich fünf leute zu naja jetzt nicht mehr gut ja weil du jut bist weil ich so ein profi spieler bin ok da kann ich das jetzt mal machen weil ich ihn von den arfenlängern geholt oha da fliegen die snipes schon durch die gegend mhm so ein greenhauster ne so ein greenhauster ne jetzt sind sie unten bei security einer schon oieee da haben sie gedacht da schon wieder der scheiß franzosen ist da jetzt man vorsicht er nimmt die auch wenn ich sie alle da hat mich so hat er ärgert mich wirklich kommen 345 kids hier sie du kannst der ist noch da unten er hat sogar überlebt ich bin bei dir quasi ich schnappte war Wollen wir mal hier unten links? Wollen wir jetzt direkt gehen bei Headquarter? Ja, hop, hop. Sniper? Schürzen. Am Ende des Gangs war der. Geh jetzt schon mal zu Headquarter. Sieht aber ins Jut hier aus bei Headquarter. Echt? Ähm, was wollt ich denn jetzt wollen? Drop! Nee, dafür hat die Kini halt. Das hat jemand anders gemacht. Oben? Na, wo ist der Block? Unten. Okay, jetzt läuft's los. Brauch ich mal nen Platten? Nee. Wollen wir den jetzt? Äh, töten irgendwie. Ich weiß nicht. Na, die Franzosen abfangen. Was sind die denn? So Controls natürlich waren abfangen. Die kommen hier nicht mehr rüber gesprungen. Aber eh war das Control Center gegangen und über den Shop fertig. Die sind zu Control gerannt. Da vorne? K.O. Da kommt der Nächste. Auch K.O. Da sind die Wichser. Da hinten ist der Letzte. Oder noch zwei da. Wo ist er? Von unten, ja. Neue Position. Ne, oben. Oben, ja. Auch da. Der ist ins Prison gerannt. Einer. Einer ist hinter der Mauer da oben. Oh, ich wurde weg. Oh, auf dem Dach kann mich jemand wiederholen. Ah. Ja. Ich bin hier sicher. Aber dazu müsste er unten bleiben, wenn er hochkommt. Der Penner ist im Prison drin. Der letzte Fall ist mein Lieber. Unten bleiben, wenn er hochkommt. Oh, warte mal. Der Prezi wurde nicht angesagt. Geil. Ist meiner. Unser. Unser. Ist unser eigener. Ach so. Hab den noch aufgesetzt. Geil. Der wird mit dem Arsch ihm durch das Loch gerutscht. Wie der wieder will leben. Ganz langsam. Oh, ist wieder ein Prezi. Das ist aber ein Prezi, der uns verbrannt hat. Ja. 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 Da drüben habe ich ihn K.O. Links neben dem Auto. Ich geh rüber. Hat sich wahrscheinlich gerade gerest. Oben. 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 Ja, hab ich gerade gesehen. Ja. Da war er. Das ist einer von den Franzosen-Wichsern, glaube ich. Wo denn? Wo denn? Oben hier in dem Haus, wo wir sind. Bei uns. Ja. Zwei Leute. Scheiße. Du, ich sprung. Ey, das war umrind. Nein. Ja, auch K.O. Ich fand du nichts mehr. Mann. Ich hab fast ganz andere. Och, ey. Ach, ey. Oh, ich war so ein Scheiß. Lachen voll abgelenkt, ey. Das ist fast ganz anders jetzt. Ich hab so gucken, was los ist. Mann, ey. Ich hab so ganz andere. Über die Fresse, ey. Mann. Letzter Mann. Scheiße, ey. Letzter Mann. Oh, der letzte Mann. Der letzte Mann. Der letzte Mann. Mach den Shot. Mach keinen Shit. Mach ruhig. Da. Ich denke auch, er macht Shit. Mach ruhig. Ich weiß nicht, aber vielleicht hat er gerade auch einen Anfall. Fuck. Den Franzosen sind wir noch allein. So, ein Drop. Kann er nochmal einen Drop holen, da? Und dann zusammen? Ja. Von 3400. Sondern mal irgendwie versuchen. Kann er einfach falsch. Ein bisschen auch mal einen Shop. Vielleicht. Und jetzt haben wir vielleicht mal direkt in die Zone rein. Was soll ich nochmal? Ein Zinks. Ja. 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 Mit den Affenbengel. Hier sind sie. Hier sind sie. Hier sind sie. Sind sie schon bei uns? Auf dem Dach wahrscheinlich. Ja. Genau. Neben uns. Hier ist Panzerhof. Schreib dich, Herr Operator. Ja. Hier oben, Baragard. Aktivität! Wir können jetzt holen wir uns hier den Sieg. Oh, jetzt muss man... Ja, wir müssten aber dann die Hütter kommen. Der hat hier gerade die Tür aufgemacht. Direkt neben mir. Eke. Hier. Wir können nicht rüberkommen und die LK ein bisschen ohne Probleme jetzt auch. Oh, wo ist ein Dach? Ist sie da? Und jetzt kommen die von der Seite auf. Aber soll erst mal geduldig sein, kurz. Jetzt könnte man auch... Hier an der Seite würde ich. Hier, Deacon. Vorsicht. Da oben ist er. Ah. Prison kommen auch ganz viele. Den muss man noch in den shoppen. Aber wir sind schon dran. Wir sind schon dran. Die an der Seite verharmen. Da oben ist er. Oh, fuck. Ich hab da nichts geguckt. Oh, fuck. Ich hab da nichts geguckt. Wenn da doch mal nach. Da noch mal nach. Die Gengi. Die Gengi. Die Gengi. naja ist oben auf dem dach der wassert turm auch k.o. um verdiegen das war ernst wichtig, das war ernst groß da ist der letzte wo wir gehen jetzt nicht wieder so wie vorhin muss genau der mit der gasmaske muss warten hier schon vor kann doch sein dass wir unter uns das in den tun er hat von oben rechts runter geht nach geht nach geht nach geht nach das sind durchgesetzt wir haben sie gedacht sie macht das ist jetzt nicht verkehrt Das war's. Ach. Mech. Mech. Mende.